Herzlich Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und das ist nur ein ganz ganz kurzes Video, wieder mal die tägliche Footmess SPC und diesmal konnte ich das Ganze leider nicht ohne Loyalität lösen, denn ich weiß nicht, ich hab's einfach nicht zusammenbekommen, ich hab mein Bestes gegeben, vielleicht gibt es eine Lösung, vielleicht auch nicht, das Problem ist, dass ich gerade mega im Stress bin und jetzt auch gleich los muss. Wir haben das Ganze auf jeden Fall so abgeschlossen, also falls ihr irgendwie von den Spielern ein paar Erstbesitzer habt, dann könnt ihr das auch so lösen, beziehungsweise den Torwart und die Verteidigung könnt ihr auch so lösen und das Mittelfeld und den Angriff, das ist eigentlich gar nicht so schwer, also ihr braucht da eigentlich nur aus derselben Nation und aus derselben Liga dann drei Spieler, also LF, Stürmer und RF aus derselben Liga und selbe Nation und da werdet ihr sicher irgendwas im Verein haben, also da gehe ich schon stark davon aus, wir öffnen natürlich dann direkt das Pack und hoffen auf eine gute Karte, es ist kein Leinwandspieler wie immer und es ist sogar eine Non-Rack-Karte, okay, das ist verdammt bitter, es ist Gommis von Galatasaray Istanbul, und das ist leider alles andere als gut, mal schauen, was da noch drinnen ist, ja okay, es sind immerhin ein paar interessante Spieler drinnen, wie zum Beispiel Isaac oder Isaac, kostet auch 2000 Münzen, das ist natürlich nicht so schlecht, vielleicht kostet der hier auch ein bisschen was, also da sind sicher ein paar Spieler dabei, die ein bisschen was kosten, das sieht man hier auch schon direkt zu Beginn, und das dann ein paar was kosten und ja Freunde, das war's auch schon wieder mit dem kurzen FIFA 18 Video, falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, checkt gerne auch noch Instagram ab, FIFA Allstars Underline David und dann bin ich auch schon raus Leute, habt immer, Hi Hopes, bis zum nächsten Mal und ciao!